Musik 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 Ich sage mal, Projektweg in OpenShift zu deployen, S2i. Und S2i hat nichts mit Java oder Jakarta-E zu tun. Wenn man nach OpenShift und S2i sucht, findet man Python und Node.js Beispiele. Das ist genauso auf Jakarta-E oder Java übertragbar. Und welche Klassen. Und diese Extension weiß durch Analyse, dass das Cybernet diese Klassen irgendwann mal nachschauen wird und registriert diese für Full Reflection. Do you actually remember the time when you wrote your first line of code? It's like, you know, this magical time. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.